ja, willkommen Leute zu einem etwas anderen Video, man sieht hier eine Zusammenfassung meiner Erlebnisse in dem Sumpf, ich meine, ja, nicht unbedingt mein Lieblingsgebiet, äh, ich weiß jetzt auch nicht woran es lag, ihr werdet es gleich erkennen, ja, ich weiß auch nicht was sich, äh, Entwickler dabei dachten, ob das irgendwie dem Spiel, naja, 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 also, das ist jetzt Voice-Over, ich war ziemlich genervt an dem Tag, ich hab das dann auch, ähm, mehr da weg, alles gelassen, und, ja, ihr seht gleich, was ich meine, also, das ist jetzt hier, klein, bisschen beschleunig, ähm, ja, genau das, jetzt geht's auch schon los, ja, Was? Nein! Das ist so ein großer Bullshit, das, das gibt's ja nicht. Da kommt da gar nichts rüber, was soll das? Ja! Ach, komm! Da müssen wir uns mal unter Wasser Level machen, äh, lass mal, und sich wache Wege, und ne Karte, nicht stimmt. Oh, Gott! Er ist doch behindert hier. Machen wir jetzt Pause. No! Yes! Ja! Ja! No! Ja! Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonnier gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gerne eins der vorgeschlagenen Videos an, und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ja, wir sehen uns in der nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020